ja hier befinden wir uns am möge bier stollen das ist der untere deister stollen sehr coole location hier ist noch eine alte alte lore und steine hier irgendwie was umgebaut werden das ist hier ja hier geht es jetzt in den möge bierstollen ganz was feines der wurde 2004 erneuert aber hier ist alles geschlossen einsturzgefahr nicht schlecht